Scheiße ich hoffe schon mal klar dass die Kirchen im Hintergrund nicht zu hören ist weil der bümmelt mal wieder bei mir nein ich hab nix bei meinen Aufnahmen habe ich eigentlich auch noch nix gehört ganz trauerdeu die sind direkt der der Kirch der das müsst ihr euch scheiß Sekten da n n als er ist der Thema wo sollst du vor Religion Naja das finde ich ewig behinderte ich bin früher ja was heißt sie wungen aber ihr habt schon ab und dem an Kirchen mitgemessen das hat mir gar nicht taugt das war bei mir genauso ist es war halt einfach so Familie Geld oder mit Freunden irgendwann in Kirchen aber als richtig langweilig der Messer ein richtiger anderes Konzept auf die Beine bringe der Kirchen ja das ist wirklich so so ganz anders machen weil es jetzt im Moment ist weil das ist wirklich langweilig ja an Weihnachten gehe ich auch nimmer als ich weiß nicht ich finde es war schon geil Weihnachten habe ich dann schon und dann bin ich halt nicht mitgegangen weil es mir echt Rekord gegangen ist und seitdem muss ich irgendwann nicht mehr mitgehen na umso besser ja ja das ist in Ostern und so das ist doch geil einfach nimmer mit äh möchte ich auch so machen aber äh und trotzdem trotzdem noch Ostern und Weihnachten da um euch schon mal in Kirchen gell ja weil vorher war es so äh einmal im Monat ja ja war mal als also immer Ostern und Weihnachten war ich geil weil man Altengänger jetzt auch nicht mehr so häufig in Kirchen das passt schon ja na ja ich weiß nicht was ich dazu sagen ich finde Kirchen einfach die alten Leute interessiert richtig ja es ist Religion ist für jeden das seinige also kann jeder selber ausmalen wo es so darauf verhalten soll aber ich weiß nicht so 1 2 wir machen das jetzt ja ja du hast ja vorher gesagt Sekten aber ja ähm ab und dem wenn ich durch die Stadt gehe dann stehen wir schon dort mit einer Nippladen und ja möchtest du nicht da irgendwie mal ich nenne ein Testmacher wo ist bei mir nicht zum Glück nicht hey na das ist schon so der 6 hat rumstehen Sauerrei na das ist bei mir nicht der Fall das ist äh das ist schon gut ja äh brauchst du überhaupt Birkenholz oder was ich da mal in Ruhe eine ah ne brauche ah da 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 irgendwie beißt sie der store und das holz beißt sie extrem ich möchte schon schauen dass das Haus schön wird ich brauch mal da so eine Wasserqualle aber den na jetzt ist das Haus scheiße möchtest du das haben na ich schenk's dir ich mach mich da jetzt gar nicht mal wieder mit dem Haus ich weiß gar nicht wo sich für ein Haus bauen soll keine Ahnung ich hab überhaupt keine Vorstellungen das käme ja von Mike da lassen na das gefällt mir echt gar nicht ach was mach ich denn für ein Sch*** was mir gefallen hat ist äh so ein Tempel ja ja kannst du ja machen ja das darf mir echt irgendwas daun aber das Haus das macht mich grad verrückt dann überleg dir vorher was bauen und dann zack jetzt willst du es und das bau ich ja ich möchte jetzt auch nicht weit weg von euch bauen oder irgendwann in dem Berg da oder vielleicht eine ja ja da bin ich echt mit dem überlegen war einmal so eine Art Tempel dazu hat mich jetzt der Table Tennis Gamer inspiriert ok der verrückte Hund warte mal wenn wir das Haus abreißen ich kannte gut ich mach jetzt einfach mal das Schabra hier noch also magst du es doch wieder umreißen oder weil ja das Haus das Kima lassen ja vielleicht nimm es ich oder was ich weiß nicht ja kannte Mike auch haben wenn er es möchte freilich so haha scheiße geht das schnell was ey da schau dir mal das Ohr ach so ja mit der Schere irgendwie dieser ewig OP haha fuck dieser krank ja ja ich finde es egal dass man einfach über Gras rüber bauen Chor ach so ja das ist glaube ich ähm einfach vorher ob man es glaube ich nur hoffen wenn oder irgendwie so ja das war dann schon ein bisschen umstandlich ok es wird wieder nacht äh nimmer wieder schlafen gehen natürlich wenn wir jetzt schon die Betten haben äh wacke ach so das ist jetzt von selber weggegangen riesig ich baue das bloß noch schnell ab freilich ja zack 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 einmal auch wieder bisschen der Holz ja so ja jawohl es geht voran ich weiß jetzt gar nicht ob man lauer wieder die Türe mal drinnen die bereicherten wir eigentlich ja oder da hat er sich glaube ich verabschiedet haha ja na du bist nur da ja ich bin nur da ich hab nur da ich hab nur kurz was geschaut äh schau auf ich hab ihn ich baue jetzt da mein Tempel eine freilich boah das wär der Arbeit aber ich glaub der wär geil mal schauen ok ja kein Problem da hast du die Weizenform und da hast du eigentlich ja irgendwo dumm ist doch auch dann der Termin Mineneingang sauber boodle einfach mal los den können wir ja umändern im Mineneingang also stimmt der ist der Hand gell ja aber das ist kein Problem ah jetzt brauche ich die wieder noch ein bisschen zack zack wie findest du eigentlich die YouTube Community ähm was meinst du da jetzt hat ja also bei der deutschen Community ist das so wenn ich jetzt irgendeinen bedürmten YouTuber nennen in meinem Video na wer ist sofort zur Kettet äh mach ich eigentlich go net also wie ich nicht gehört lol da trassenfleckt schon äh Fledermaus und Monana und der erste Kübis ist fertig geil das ist schnallganger sehr schön nein wir müssen einfach bloß irgendwie elo tricks in unserem Video sagen ja woher sollten wir das mitkriegen wenn wir es nicht in den Titel einen schreiben da hatten also ja aber so so gsing ist schon schlimm die Komitee wenn die über jeden Daumen flämmen und so ja das ist nicht schön leid jetzt bitte damit auf was vielleicht ein bisschen Knochenmehl na hab ich gar nichts aber es müsste der Knocher in der Truhe sei oder na da war dann eigentlich mob items drin oder ja dann mal halt der Kübis ist so wachsen drei Stück haben wir jetzt schon mal fertig der wachsene zu schreien ja dann müssen wir jetzt immer wieder Kübis komma und der vierte die haben wir halt nur wachsen aber nein nicht idiot fuck war zweit ok ja da bin ich mal gspannt ach so aha mhm ja interessant ich schau mal mal das andere Haus war meins oder ja ob sie da vielleicht noch was retten laut ach das mit die Stufen ist auch so gschissen ähm wenn ich das jetzt so siehre möcht ich das gleich haben oder na das schaut irgendwie aus wie so der wie sagt man denn da so der Maus Leum oder irgendwie so wenn es da einige ist links und rechts irgendwie die Gräber und dann irgendwie dann bekannten ein extra Raum für den Königin weil ach so ich kann bekannten da und siehsten ja ja das musst du machen oder vielleicht die Kirche oder ja das war auch was gell das schaut doch gleich noch eine Kirche aus jetzt gewusst dass du eine Kirche bist ach nein da bauen wir eine Kirche aber die schaut irgendwie so aus wie eine Mausoleum oder irgendwie so ein Friedhof am besten irgendwie so Kirchen Kapole war schon wieder zu groß und wir richtige Kirchen ist glaube ich schon zu klar aber naja ja ich fahre mir jetzt nur mal Brote aber ich weiß dann gar nicht was ich dann noch machen solltet ah ich mache wahrscheinlich nur die Kürbisfarm das ist aber das Problem dass man nicht weiß was man tun soll ja und dann schaue ich mir noch auf äh notieren wir brauchen dringend nur Kühe ja für Leder dann jetzt weißt du ja gar nicht ob man auf wo es mal überhaupt umstollen auf Melonen Samen auf Melonen essen oder Brot essen äh ich glaub das Melonen am schnellsten Gängern oder also also Melonen hat mir zu viel Aufwand aber Brote bringen halt mehr Leben also das Sorge also man hat weniger Hunger dann irgendwie ja aber ich glaube ich will trotzdem trotzdem auf Melonen dann umstollen weil es einfach leichter Brote heute nochmal in Garten items eine kann man es ja selber dann was machen irgendwie passt der muss ja nochmal so ach ich hab schon gleich einen Platz gefunden wo unsere Tiere dann Platz hätten ok ok dann wir erstmal ein bisschen anholzen und begratigen so schaufeln du schaust doch auch die Walking Dead gell die Serie ja ja wie weit bist du jetzt käme äh Staffel 2 Folge boah irgendwo ist ich glaub das siebte oder so bin jetzt siebte ja ich will folgen gibt es 13 glaube ich oder weiß jetzt gar nicht 10 12 oder 13 irgendwie so ja aber richtig geil also ja was was mich an der dritten Staffel nervt aber du schaffst du die dritte Uhr ja ich versuche jetzt mehr nichts zum spoilern ja also der ähm Karl das wäre der richtigste Arschloch das ist doch der Bo oder ja genau der Bo von dem ja ich fände irgendwie total unsympathisch ja so ja also der verändert sich wirklich total zum zum Arschloch ja taugt man gar nicht ja aber schon richtig geil no ich hab jetzt so das war geschaut bloß bis zur vierten Staffel weil mein Bruder hat man gesagt äh schau bloß nicht weiter weil ab dann gehts bergabwärts ja das hat man auch gesagt dass es schlechter wird hast du schon Lost War geschaut nein noch nicht aber möchte ich mal auch noch schauen ja auch richtig geil und äh deswegen schau ja zuerst mal ein paar andere Serien und irgendwann wird es mal nur fertig war schauerlos also ja ich glaube ja die Walking Dead ist ja vor die Machern von Lost ach so glaube ich zumindest also aber den cosas weiter aber den den Walking Dead ist ja ...